Hast du das mit Susanne ausgedacht? Susanne ist ne Fotze. Ich weiß, was man einmal verschenkt hat, darf man nicht zurückfordern. Entschuldigung. Versteck dich! Ja. Die vom Gartenbauamt haben angerufen. Nina. Und für den Grün musst du auch nicht um den Hintern, oder? Ja, mein Hintern, ich weiß auch gar nicht, wie mein Hintern nicht mehr aussieht. Sahst du denn das? Ja, probier, ich würd sagen, das ist besser für dich. Ja, die Farbe ist blöd. Ja, die Farbe ist blöd. Vielleicht stehen die Streifen doch besser. Du musst es ja nicht kaufen, probier es doch einfach mal. Ja, ich mach. Ja? Ja. Ja. Hey, Nina. Ich weiß wirklich nicht, ob ich den Wochenende sei. Ich weiß nicht. Hast du unser Kleid mischt, ne? Ja schon, aber das Kleid hat so'n komischen Stoff, da knitt es aber und so weiter. Ich will mich erklären. Wir waren im Supermarkt. Ich hatte die Milch vergessen. Peter. Peter. Hugh. ula – Komm, komm! Arrêtez, c'est n'importe quoi! Marie! Marie! A 10 frys? A 10 frys? I loved it. She's very nice to meet your family! I love it!